Chaos! K-A-O-S! Chaos! Endlich! Zeit für Chaos! 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 Hiho, Skylander! Bald findet ein Bug-Wettbewerb statt. Mit Leuten wie Bettersson und Chef Pepper Jack als Konkurrenten muss ich mir etwas einfallen lassen, um zu gewinnen. Deshalb habe ich beschlossen, etwas Besonderes zu backen. Den sogenannten Chaos-Kuchen. Leider ist die erste Zutat das fieseste Wesen in den gesamten Skylands. Nicht das riesigste, wohlgemerkt, sondern das fieseste. Ich dachte mir, wenn jemand so ein fieses Wesen finden kann, dann bist das du, Skylander. Aber, äh, oh ja, du benötigst eine besondere Falle dafür. Eine, die speziell für dieses Wesen erschaffen wurde. K-K-K-Chaos! Ich fasse es nicht, dass du wirklich hier bist. Obwohl ich ja nach dem fiesesten Wesen des Skylands gefragt habe, hätte ich doch besser nach dem riesigsten Wesen gefragt. K-K-K-K-Kannst du mir bei der Zubereitung meines Rezepts helfen? Du hast es geschafft! Hurra! Jetzt ist mir endlich klar, wieso es Chaos-Kuchen heißt. Es macht jetzt so viel mehr Sinn. Natürlich! Wie hätte es auch anders enden können? Ich bin jetzt auf der Zubereitung.